Musik Also vom 10. bis 13. Mai waren wir da im Bauernhofmuseum in Schliersee bei Markus Wassmeier. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr kommt. Ebenso der Markus, bloß der kommt gerade nicht, der ist hinter der Kamera. Ja, ich freue mich auch, wenn es kommt. Also denkt dran, vom 10. bis 13. Ja, dann sehen wir uns. Alles klar. Ja, dann sehen wir uns. 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 Ja, dann sehen wir uns.